Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig! Ich hab heute meine Division Rivals Belohnung für euch am Start, Freunde. Ähm, Division 4, Rang 3 ist es am Ende geworden, leider nicht mehr. Was auch ein bisschen daran lag, dass mein Controller kaputt war. Ähm, nicht nur natürlich, aber ein bisschen. Wir nehmen wieder das mit einem Tauschbahn ein, einen Untauschbahn, denke ich, oder? Ah, das klingt doch nice. Das nehmen wir mit. Let's go! Haben wir zwei Packs, bisschen Münzen, nicht viele. Ein Tauschbares, ein Untauschbares. Das ist doch okay. Ai, 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 ai. Dann gucken wir mal rein, Freunde, was wir so gezogen haben. Ich bin ein bisschen erkältet. Das ist nicht ganz so nice. Kratzen im Hals sind alles am Start. Nase ein bisschen zu. Von daher, falls ich mich anders anhöre als sonst. Verzeiht es mir bitte! Zwölf Goldspieler, sechs selten, tradebar. Das Pack zuerst. Okay. Ich dachte die ganze Zeit, wer kommt jetzt? Le Mar von Atletico. Ich habe an Cromond gedacht und was weiß ich. Es wurde immer, immer unwahrscheinlicher, dass es irgendwer wird, den ich kenne. Rodriguez noch hinten drin. Chicharito. Adama Traoré, Freunde. Der ist, glaube ich, nicht so viel, leider. Wie ich wünschte, dass er wert wäre. Okay, dann packen wir ihn als Sub wahrscheinlich ins Team. Gucken wir mal, was wir jetzt noch so ziehen. Zwölf Items, zwölf seltener. Let's go! Kein Walk. Doch! Hä? Ah, Team of the Week. Oh nein. Also der ist kein mega schlechter Team of the Week, aber auch kein guter. Delikt noch dahinter. Heuberg haben wir doppelt. Leider beide untradebar. Ascensio untradebar, das wusste ich schon. Korea, weiß ich nicht. Birki ist, glaube ich, tradbar. Ja, Birki tradbar. Äh, wie viel wäre Delikt theoretisch wert? Auch nix mehr. Wie viel wäre er theoretisch wert? Oh ja, 35k. Aber habe ich natürlich auch untradebar jetzt, ne? Eieiei. Ja, schade. Schade, schade. Äh, nix mega gutes. Aber immerhin, David. Ähm, die haben die Walkout-Animation geändert. Das ist mir gerade aufgefallen. Das dauert jetzt ein bisschen länger, bis er rausgelaufen kommt. Vorher kam er immer direkt, jetzt nicht mehr. Gibt es irgendein geiles Pack gerade. Sechs Gold, sechs Silber, drei selten. Das tut schon ein bisschen weh, ne? Aber immerhin können wir das mal machen. Gucken wir mal rein, was es denn so gibt. Vielleicht ziehen wir da ja noch was. Nein, ziehen wir nicht. Wir ziehen nochmal den guten Heuberg, Freunde. Ich hatte ihn gerade schon doppelt. Und untradebar. Und jetzt habe ich ihn einfach nochmal. Der muss weg. Ciao, Kakao. Heuberg war doch auch mal bei Schalke oder so, oder? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, der Rest ist SBC-Futter. SBC werden wir heute Abend auch die Top-Party machen, glaube ich. Die kommen doch heute, Donnerstag. Oder ist sie schon da? Gucken wir mal kurz. Machen wir heute Abend dann im Stream, denke ich. Lukaku zu den Blues. Es gibt ein seltenes Gold-Pack. Was muss man machen? Seltene Gold-Pack, da sehe ich mich. England mindestens ein. Mindestens sieben aus der selben Region. Okay, gucken wir mal, ob wir England hier zusammen kriegen. Gold mindestens drei, okay. England sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. Machen wir das noch schnell hier. In dem Video. Selten mindestens sechs, oh Gott, okay. Das sieht dann schon nicht mehr so gut aus, glaube ich. Aber gucken wir mal. Das Silver ist selten. Bellingham ist selten. Haben wir ein RM. Oh, so können wir mal, oder? Maduake, oder wie da heißt es selten? Maduake, keine Ahnung. Okay, wir brauchen noch ein paar selten, ne? Wir nehmen natürlich nicht die Oberknaller, aber... So was hier kann man nehmen. Da mit reinpacken. Jetzt ist es eigentlich egal, was wir nehmen. Können wir auch die schlechtesten nehmen. Wir haben alles ready. Und noch ein. Bewertung, niedrig bis hoch. Nehmen wir den guten Herrn noch. Wenn wir die tauschen, bringt das was? Nein. Perfekt. Wenn wir die tauschen, auch nicht. Ah, dann schicken wir ab. Seltene Goldpack. Gucken wir da noch schnell rein, Freunde. Muss man sich ja auch gönnen. Ein seltenes Goldpack. Let's go. Untradebar natürlich. Leider. Oh, da stand doch untauschbar, ne? Ja. Untauschbar. Gucken wir mal. Kein Walkout. Und... Mmh. Mmh. Matip. Joel Matip, Freunde. Joel Matip. Und Hazard noch mit drin. Das ist ganz nice. Argentinien-Korea. Okay. Beide untradebar. Beide untradebar. Äh. Das ist Comeback. Das brauche ich nicht. Argentinien-Korea brauche ich auch nie. Den Rest behalten wir mal. Hazard theoretisch. Ja, auch nichts wert. Perfekt. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Um 14 Uhr kommt das nächste Fahrcrawl-Video. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten auch gerne heute Abend im Stream. Bis dahin. Haut rein. Ciao.